Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er kämpft gut. Wie heißt er? Year Well. Die Freunde im Norden sind skeptisch. Sie halten nicht viel von diesem Kampf. Kung Fu. Zwei Worte. Waagerecht und senkrecht. Nur der gewinnt, der stehen bleibt. Stimmst du mir zu? Stimmst du mir zu? Stimmst du mir zu? Stimmst du mir zu?